Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ein kurzes Informationsvideo, einfach nur, denn wie ihr wisst, ist heute Black Friday und natürlich gibt es auch bei mir einige schöne Sonderangebote. Ihr bekommt nämlich heute und bis einschließlich Montag 25% auf meinen gesamten Online-Store. Das heißt, alle Videotrainings sind reduziert, meine Preset-Toolbox ist reduziert und da solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen und es gibt den Code entsprechend Black Friday. Einfach und simpel. Also einfach auf meinen Online-Store gehen und dann den Code Black Friday im Warenkorb eingeben und schon werden 25% abgezogen von der Summe. Und noch besser, es gibt ab heute ein neues Videotraining, denn mein altes Lightroom-Videotraining war wirklich schon sehr, sehr alt. Es ist vier Jahre jetzt her, dass ich dieses Training aufgenommen habe und ich dachte mir, es ist an der Zeit, das Ganze neu zu gestalten mit der aktuellsten Lightroom-Version und es sind auch nochmal viele neue Sachen mit dazugekommen, die ich vor vier Jahren selber noch gar nicht wusste und jetzt alle in diesem Videotraining mit dabei sind. Also, Lightroom Lernen für Anfänger, komplett neu draußen und dazu gibt es auch einen kleinen Trailer, Film ab. Lightroom Lernen für Anfänger. Endlich ist der neue Kurs draußen und ich zeige dir hier, wie du das Programm von A bis Z verstehen lernst. Wenn du neu in der Bildbearbeitung bist oder aber ein Umsteiger von einem anderen Bildprogramm auf Lightroom, dann bist du hier genau richtig. Denn in diesem Videotraining lernst du, wie du deine Bilder sortieren und bewerten kannst. Du wirst lernen, wie du deine Bilder im RAW-Konvertierer richtig schön bearbeiten kannst. Und du wirst lernen, wie du deine Bilder optimieren kannst, später dann fürs Internet und auch für den Druck. Und natürlich gibt es noch weitere Module. Du kannst Webgalerien erstellen, du kannst Fotobücher erstellen und du kannst auch Diashows erstellen. Über mehrere Stunden hinweg kannst du mir dabei zuschauen und selber für dich Lightroom Lernen. Du kannst dir dieses Videotraining downloaden und immer wieder anschauen, wann immer du möchtest, wo auch immer du möchtest und das auch komplett ohne Internetverbindung. Außerdem bekommst du RAW-Dateien von mir mit dazu, damit du direkt üben kannst und direkt einsteigen kannst. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass am Ende auch keine Fragen mehr offen sein werden. Falls aber doch, dann kannst du mich jederzeit per E-Mail kontaktieren und ich werde dir bei deinen Problemen natürlich helfen. Starte jetzt mit mir zusammen das Abenteuer Lightroom und lerne die Bildbearbeitung von Grund auf, damit du deine Fotos von einem normalen Bild zu einem richtigen Knallerfoto machen kannst. Wir sehen uns gleich im Videotraining. Ihr seht also, das neue Videotraining zu Lightroom ist draußen. Auch dazu gibt es natürlich die 25% Rabatt. Das heißt, wenn ihr jetzt übers Wochenende bestellt, kostet der Kurs nicht 40 Euro, sondern nur 30 Euro. Da solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Shoppen heute. Egal wo, ob nun bei mir oder bei anderen, überall habt ihr heute richtig coole Rabatte. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.